guten morgen noch einmal diesen herrlichen ausblick genießen ich muss nämlich jetzt gleich wieder natürlich nach hause ich komme ja wieder am flughafen gibt es das frühstück wieder zu hause gleich im büro und ganz viel getan und gemacht hier er muss ja ganz viel gemacht werden noch für die nächste woche wir machen uns jetzt ein blätterteig strudel ja